Als Nordlicht bin ich hier in dieser Region zu Hause. Ich lebe hier an der Elbe. Ich bin mit der Fähre eben einmal kurz rüber gefahren, um mit allen anderen gemeinsam zu segeln, worauf ich mich schon sehr freue. Und gemeinsam ist auch das richtige Stichwort. Wir wissen in der Kindermedizin und Kinderkrankenpflege genau, dass wir nur gut zusammenarbeiten können, wenn wir Hand in Hand arbeiten. Alleingänge sind da nicht gefragt. Jede Tätigkeit und Position an Bord hat einen identischen Stellenwert. Das ist in den Magnetkrankenhäusern genauso. Die ganze Mannschaft arbeitet Hand in Hand zusammen, um Kurs zu halten und Manöver wie Wänden und Halsen gut hinzubekommen. Nur in enger Abstimmung und ohne Alleingänge können wir die Kinderversorgung sicherstellen. Ohne qualitativ hochwertige Kinderkrankenpflege kann keine Versorgung sichergestellt werden. Das wissen langsam alle. Von den Geschäftsführungen über die Chefärzte bis hin zu der Basis der Kinderkrankenpflege. Und daran arbeiten wir im Augenblick.